Peace Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Zweitkanal. Lange, lange ist es her, jetzt gibt es aber eigentlich mal wieder ein Update, denn ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was passiert mit dem Kanal, was können wir hier cooles starten und was kommt auch auf euch zu. Das erkläre ich euch jetzt im Video, viel Spaß dabei und let's go! Lange ist es her, dass wir hier tatsächlich auf dem Zweitkanal ein Video gebracht haben. Ich glaube vier oder fünf Monate ist es her, aber ich muss sagen, es hat mich dann doch wieder gejuckt, hier irgendwas zu bringen, denn es macht natürlich auch Bock, so ein bisschen neben Fußballschuhen Videos zu machen. Das heißt nämlich, hier auf dem Zweitkanal geht es nicht um Fußballschuhe. Das wird natürlich beim Hauptkanal weiter in das Thema bleiben und keine Sorge, da werden natürlich weiterhin auch fünf Videos minimum die Woche kommen. Aber ich habe mich dazu entschieden, hier auf dem Zweitkanal drei Videos pro Woche nochmal zusätzlich zu machen und habe da auch ein paar sehr, sehr coole Projekte, die ich mir belegt habe, habe mir ein bisschen Gedanken gemacht in letzter Zeit und deshalb wollte ich so ein kleines Update-Video machen, dass es tatsächlich mit diesem Kanal hier weitergehen wird. Natürlich nur, wenn ihr da draußen auch wirklich Bock habt. Ich hoffe natürlich, dass ihr ordentlich Gas gebt, diesen Kanal auch pusht. Es gibt natürlich auch bald Gewinnspiele auf diesem Kanal. Aber jetzt erstmal, was erwartet ihr euch? Was erwartet euch? Was erwartet euch hier auf diesem Kanal? Ein paar Formate überlegt. Natürlich auch, ihr werdet hier eine Rolle spielen. Nicht immer nur, ja, mein Content, sondern hauptsächlich auch euer Content soll hier eine Rolle spielen. Ich kann euch schon mal so einen kleinen Ausblick geben, was diese Woche beispielsweise noch auf euch zukommt. Es wird unter anderem noch so ein kleines Video geben, wo wir uns die Reaktionen von den Spielern angucken auf ihr FIFA-Rating. Da gibt es auf jeden Fall auch sehr, sehr coole Videos, zum Beispiel Phil Foden oder Jack Kulisch, die darauf reagieren. Das schauen wir uns gemeinsam an. Außerdem wird es diese Woche noch um Trikots gehen. Wir schauen uns die Top 10 Trikots 2021 an, aber auch die Top 5 hässlichsten Trikots, kann man tatsächlich sagen. Ihr habt nämlich abgestimmt, bin sehr gespannt auf euer Fazit. Das wird unter anderem diese Woche kommen. Aber ich habe mir auch überlegt, okay, wir machen auch ein Format, wo wir euch Zuschauer wieder featuren. Ich denke, ihr kennt noch das eine oder andere Video, wo wir jetzt so hatten, wo wir auf die Tricks und Tora von euch reagiert haben. Das Ganze hat auf jeden Fall mega Bock gemacht, einfach auch euch so eine Plattform zu bieten. Genau das wird auch wieder kommen, sprich wir werden auch wieder eure Skills featuren. Wenn ihr zum Beispiel in der nächsten Folge am Start sein wollt, ihr findet die E-Mail-Adresse unten verlinkt, schickt mir dort euer Video am besten per V-Transfer-Link. Das geht ganz einfach. Gebt einfach v-transfer.com ein, dann könnt ihr dort euer Video hinzufügen, eure E-Mail-Adresse und meine E-Mail-Adresse. Dann könnt ihr das schon abschicken, mehr müsst ihr damit nicht tun. Cool ist natürlich, wenn das Ganze im Querformat ist und ein paar coole Tricks machen oder Tore schießen oder sonst was, was euer Talent im Fußball ist. Dann werden wir ein paar Clips sammeln von ein paar Zuschauern. Wenn ihr genügend reinkommt, wird es dann die erste Folge geben, wo wir euch auf diesem Kanal featuren. Natürlich auch euer Instagram und so weiter unten verlinkt, also ein bisschen für euch Werbung machen. Ich hoffe, da habt ihr einerseits Bock drauf. Außerdem geht es hier natürlich auch um die Fußballstube meiner Zuschauer. Das interessiert mich natürlich mega. Da habe ich mir überlegt, dass wir so ein, zwei Zuschauer featuren mit ihrer Fußballschuh-Sammlung. Das heißt, wenn ihr eine krasse Fußballschuh-Sammlung habt, macht auch hierzu ein Video. Einfach im Querformat filmen, das Ganze auch per V-Transfer an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse schicken beziehungsweise alles natürlich unten in der Beschreibung. Filmt am besten ganz genau ab, jeden einzelnen Schuh mal so ein bisschen. Muss jetzt natürlich keine fünf, sechs Minuten lang gehen, aber wäre schon cool, wenn es drei Minimums sind. Das heißt, ihr filmt die Schuhe ab, eure komplette Sammlung. Da können wir ein bisschen drauf reagieren und gucken, ja, wir hatten jetzt die krasseste Fußballschuh-Sammlung von den Zuschauern. Ich hoffe natürlich, da habt ihr beispielsweise Bock drauf. Sprich, es kommen ein paar neue Formate, bin sehr gehypt, da ein bisschen was zu machen. Natürlich, desto größer dieser Kanal wird, desto coolere Videos können wir produzieren, weil das Ganze ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr da auch Bock drauf habt. Macht auf jeden Fall ordentlich die Welle, dass wir auch den Kanal, naja, wirklich fortführen können. Ich dachte, ich teste das Ganze jetzt mal so ein bisschen aus, bringe hier ein paar Videos in der Hoffnung, dass ihr da Bock drauf habt und dass ihr da gemeinsam was starten könnt. Dann wird nämlich hier in der Zukunft tatsächlich auch wieder Stuff kommen. Aber wie gesagt, das hängt natürlich schwer von euch ab, wie viel Bock ihr da drauf habt. Deswegen lasst gerne mal Feedback in den Kommentaren da, was denn ihr zu dieser Idee sagt. Finde ich das cool. Wenn ja, was wünscht ihr euch noch für Videos? Ihr könnt natürlich gerne auch Vorschläge da lassen. Welche Videos wollt ihr sehen? Habt ihr noch Ideen, was auf diesem Kanal unbedingt passieren soll? Dann lasst gerne mal Feedback in den Kommentaren da. Ja, sobald wir die ersten, ja, ein paar Abonnenten dazu gewonnen haben, wird es auch wieder das erste Gewinnspiel geben. Und hier werden wir natürlich auch wieder drauf achten. Die, die jetzt natürlich aktiv sind auf diesem Kanal, werden natürlich dann als erstes, ja, auf jeden Fall auch was zurückbekommen. Deswegen, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Macht ordentlich Welle, dann können wir bei diesem Kanal auch wieder Videos bringen. Ich habe auf jeden Fall tatsächlich extrem viel Bock, hier mal wieder was zu bringen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Ich hoffe natürlich, ihr feiert das Ganze. Wir werden darauf achten, dass hier, ja, abflüchstungsreiche Videos kommen. Bin auch sehr gespannt auf die Videos dieser Woche mit dem FIFA-Rating und den Trikots. Da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Deswegen schickt auch gerne eure Videos ein, damit wir da nächste Woche schon mit den ersten Folgen starten können. Alle Infos dazu natürlich unten in der Beschreibung. Unbedingt natürlich den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. So verpasst ihr dann keine Videos mehr. Seid immer up to date, das Ganze ist kostenlos und unterstützt meine Arbeit enorm. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Die Videos werden dreimal in der Woche kommen, immer nach 14 Uhr. Weil am Hauptkanal natürlich abends 14 Uhr die Videos kommen, damit ihr auch beide Videos am Tag schauen könnt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Und wir sehen uns diese Woche schon wieder zum nächsten Video.